In my mind Toll. Hallo? Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Mein eigener Platz zum Arbeiten. Ich diente dir eine Arbeitskollege meiner Mutter. Nadja. Kommst du nicht mit? Nein, wirklich nicht. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. In my mind So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. In my mind In my mind Ich habe ein Buch geschrieben. Beziehungsweise das ist ein Manuskript. Die Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu haben. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Ich verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung an einem blöden Kommentar. Schon gut. Ich habe es verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadja's Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Ich glaube, dass der der letzte Dachbeheber war. Na, schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett. Die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Asche! Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass halte Nacht es mir erleuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Ja, jetzt, ja, ja! Komm doch mit. Martin Luther. Komm doch mit. Das ist dein für's Richtig. Untertitelung des ZDF, 2020